Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Der wendige weiße Kleinwagen ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 20.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, Einparkhilfe, ABS und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt einer Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,9 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bexz. Spann locatieren Sie uns. Musik 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 Musik